Moin moin Leute, herzlich willkommen bei Evolve! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe eben gerade mal eine Runde als Ödland Maggie aufgenommen und jetzt habe ich richtig Bock irgendwie auf eine Geistrunde, deswegen gibt es heute noch ein zweites Video als Geist. Einfach nur so, just for the lols. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich richtig Bock drauf, mal wieder eine Runde Geist zu spielen. Und, wow, dann gibt es heute glaube ich drei Evolve-Videos. Ödland Maggie, Geist und nachher bringe ich noch einen Stream mit Schnitt. Griffin. Griffin ist jetzt nicht so die geilste Wahl gegen den Geist, finde ich persönlich. Aber lassen wir uns mal überraschen. Parnell haben wir dann noch als Gegner. Joa, könnte interessant sein. Kara und Hank. Das sind so die beiden, wo ich mir denke, nice, das ist nicht schlecht. So, ich würde gerne... Ich würde gerne... Ah, der eine ist sogar gerade am Stream scheinbar, hat auf jeden Fall ein Twitch-Dingens in seinem Namen. Äh, sind hier irgendwo Vögel? So, pass auf. Ich würde gerne einmal... ...antäuschen. Und dann... ...komplett in eine andere Richtung gehen. Mal schauen, ob die Leute drauf reinfallen. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So, hier haben wir sogar... Wow. Shit. Hätte man ja mal vorher wissen müssen. Ah, der hat einen Buff. Schade, den kriege ich jetzt leider nicht. So, mal schauen, ob die darauf reinfallen. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. So. Und hier gibt es jetzt aber erstmal... ...schön was zu schnabulieren. Bin gespannt, ob sie sich dadurch... ...irritieren lassen. Scheiße. Spätestens jetzt... ...ist meine Tarnung wohl... ...im Arsch. Ha, ha, ha. Aber kein Ding. So, das läuft. Boots. Die haben wir erwischt. So, den haben wir auch. Da waren sie. Ich habe sie gerade noch geentdeckt. Im letzten Moment. Und wir versuchen abzuhauen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Glaube nicht, oder? Denkst du, sie hängen uns noch am Arsch? Okay. Würde gerne evolven. Die macht Giftschaden, ne? Ah ne, Panzerung regeneriert schneller. Okay. Fuck. Fuck. Ja, okay. Komm, wir evolven jetzt hier im Busch. In der Hoffnung, dass sie weit weg sind von mir. So. Jetzt werde ich auf jeden Fall Ablenkung... ...einmal hoch... Ja, komm. Ich liebe die Ablenkung. Waren die da gerade? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich die eben gerade gehört habe. Ja, habe ich. Und wir hauen ab. Puh, sorry, dass ich gerade so ein bisschen ruhig war. Ich musste einmal schauen. Ich werde gerade von dem Dingens, ich wurde gerade von dem Dingens, ich wurde gerade von dem Dingens entdeckt, von, äh, Griffin. Also, ich würde gerne wieder antäuschen. Und boom. Ich würde gerne wieder antäuschen. Aber ich sehe hier gerade nirgendwo... ...Vöglein, die ich dafür nutzen könnte. Na gut, dann... Gehen wir mal einfach weiter. So, die haben wir... ...gut um Gang, die Vögel. Scheiße, ich glaube, die werde ich auslösen, ne? Ne. Hat sogar geklappt. Oh, fuck. Okay, sie haben mich. Moinsinn. Nice. Oh, komm. Den Hank würde ich gerne jetzt, äh, einen Strike verpassen. Ihr habt keinen Medic. So, okay. Ich glaube... ...den haben wir gerade gut Schaden reingedrückt. Ich glaube zumindest, dass ich dem Hank einen Strike gegeben habe, oder? Ich meine ja. Ja. Ah, okay. Schade. Wäre ja auch zu geil gewesen, wenn die darauf reingefallen wären. Darauf sind sie aber reingefallen. Nice. Also, da habe ich die jetzt gerade böse verarscht. Haha. Okay. Egal. Was heißt egal? Ist natürlich geil für uns. Jetzt können wir hinten richtig dicke Schnabulieren. Weil da sind die vorhin voll eskaliert und haben alles getötet. Das nutze ich natürlich gerne zu meinem Vorteil. Na, das war dumm. War verschwendet eigentlich. Hat der eigentlich einen Buff? Nö. Dann töte ich den auch nicht. Da kriege ich nur Schaden. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah, es wurden wieder Vögel aufgeschreckt. Jetzt denken die sich wahrscheinlich auch, Alter, what the fuck? Wie ist denn der da so schnell wieder hingekommen? Ja. Bin überhaupt nicht in die Richtung gegangen, in die ihr dachtet, in die ich gegangen wäre. So, ich nutze die Gelegenheit zum Evolven. Ich denke, das sollte hinhauen. Ähm, ja. Was werde ich jetzt als nächstes skillen? Ich würde sagen, Supernova ist immer gut und die Entführung. So, ich weiß, Vögel aufgeschreckt ist aber nicht so wild. Wir sind eh Stufe 3. Wir müssen jetzt eh in die Offensive gehen. Mal schauen, ob die nochmal einen Angriff wagen. Ob die uns suchen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Die haben nämlich... Ja, naja, sie haben nicht schlecht gespielt. Aber sie haben halt auch jetzt nicht so sonderlich geil gespielt, dass ich mir denken würde, wow, das sind ja voll die Pro-Gamers. Deswegen, ja. Lass mich gerne überraschen. Moinsen! Daneben. Wie kann der denn daneben gehen? Ich habe halt jetzt ein bisschen Rüstung verloren. Das ist echt kacke. Würde mir die gerne mal eben wiederholen. Ey, der verfolgt mich ernsthaft? Ich will das abbrechen. Geht nicht, ne? Ne. Okay, okay, okay. Okay. Ich würde gerne dem Hank den nächsten Strike drücken. Und da haben wir wen. Okay, ist leider der Falsche gewesen. Okay, ich weiß, das war dumm, aber ich wollte was für meine Dingens tun. Ich wollte ein bisschen was für meine Elite-Skin tun. Und, moin Hank! So, ich weiß, meine Panzerung ist weg, aber ich möchte Hank killen, damit die kein Schild mehr haben. Komm schon, den schnappen wir uns aus der Luft. Nice one. So, komm, 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 komm. Und die Explosion gegen zwei. Ah, hat fast geklappt. Kara haben wir. Ich denke, Kara dürfte den nächsten Strike bekommen. Und sie haben Hank wiederbelebt, ist aber nicht weiter tragisch. So, wir holen uns Rüstung. Solange sie mich Rüstung holen lassen, ist alles easy. So, und Rainer. Und jetzt holen wir uns Hank. Boom! Ah, ich will Hank killen. Komm schon. Komm schon. So, Kara. Na? Da liegt sie. Wer Kara liebt, hat jetzt Pech gehabt. Komm schon. Komm schon. Wieso klappen die Schleichangriffe nicht? So, den haben wir. Ich will nicht fressen, nö. Wie kommst du denn da rauf? So, und jetzt gehe ich ans Relay. Ich glaube, es ist nur noch der Assault, ne? Der kam mir auf jeden Fall jetzt nicht so leicht hier an die Wäsche. Den sehen wir nämlich. Der kann nicht unsichtbar sich machen oder sonstige Geschichten. Klar. Er kann sich unbesiegbar machen, aber wenn er das macht, dann mache ich einfach Schleichangriff. Wenn er jetzt nicht bald kommt, haben die verloren. Wenn er mich jetzt angreifen würde, dann würden sie wahrscheinlich noch mal neu kommen, alle. Okay, er kommt nicht. Wir gewinnen die Runde. Ja. Gewonnen, weil wir das Relay zerstört haben. Da hätten sie ein bisschen besser aufpassen müssen. Haben nicht schlecht gespielt, haben gut Schaden rausgerotzt. Ich meine, ich bin auch sehr offensiv reingegangen. Ich bin oft durch den, ähm, durch den Laser von denen geflogen und all so eine Geschichten. War jetzt keine Sahnerunde von mir, aber ich habe die, glaube ich, ganz gut einschätzen können. Habe mir schon gedacht, dass die das nicht mehr hinkriegen, leider. Was heißt leider? Wir haben ja gewonnen. Also, was will man mehr? Ja, Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hier bei Evolve als Geist. War eine spontane Runde jetzt gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und, äh, wenn ihr dann auch noch den Daumen nach oben kloppt, dann würde ich mal sagen, Hashtag Pornös. Richtig nice wäre das. Fünfmal haben wir Jäger entführt. Sehr gut. Dreimal haben wir hier jemanden angegriffen, wenn wir unsichtbar waren. Und wir haben mehrere Leute Schaden gemacht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir arbeiten am Elite-Skin, Leute. Vielleicht Geist-Elite als nächstes. Schreibt in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschö-lö.